Hallo, ich bin Johannes vom TTS Learning Team und heute teile ich eine Übung mit euch, mit der ihr eure Kolleginnen in Videocalls, in Web-Sessions reinholen könnt. Also wirklich reinholen, mit allen Sinnen, dass sie nicht nur stille Zuhörerin unten in der Statusleiste sind. Die Übung nennt sich bis 20 zählen. Ich habe sie neulich mit Katrin Bischoff und Julian Kier für verteilte Teams adaptiert. Die gibt es auch schon als relativ bekannte Übung im physischen Raum. Wir haben ein bisschen was verändert und die Übung geht folgendermaßen. Ganz, ganz wichtig und das ist auch der Unterschied zu der Übung im physischen Raum. Kamera, Mikrofon anschalten. So, dann zählt die Gruppe hoch von 1 bis 20. Die Besonderheit dabei, eine Zahl darf nur jeweils von einer Bitspielerin genannt werden. Wenn zwei oder mehrere die gleiche Zahl zur gleichen Zeit sagen, dann geht es von vorne los. Wieder unten bei 1 anfangen. Und während einer laufenden Runde sind auch keine weiteren Abstimmungen untereinander erlaubt. Wenn dann die Gruppe bis 20 erfolgreich hochgezählt hat, dann ist der Jubel meist groß. Wir haben in unserem Test 14 Runden gebraucht in knapp vier Minuten und haben uns dann am Ende im Debriefing zum Beispiel folgende Fragen gestellt. Was hat am Ende wirklich zum Erfolg geführt? Wie hat sich die Gruppe aufeinander eingestellt? Was hätten wir noch anders machen können, um schneller erfolgreich zu sein? So, was waren so die Verhaltensmuster, die ihr beobachtet habt? Wie war die Kommunikation unter euch verteilt? Gab es vielleicht jemanden, der wenig bis gar nichts gesagt hat? Andere, die sehr viel dazu beigetragen haben? Genau, wie lernen wir eigentlich, wenn wir nicht miteinander kommunizieren? So, der Erfolg am Ende. Alle sind anwesend, alle haben etwas beigetragen und alle Webcams sind an. Das ist übrigens ein Thema, zu dem ich später nochmal separat was sagen werde. Vielen Dank, viel Erfolg und bleibt neugierig.